den tag hat er gesagt er hat sich viel verändert die letzten aufnahmen gegen wegen tun nicht richtig ganz heißt ja ich habe weiter gespielt ohne dass die aufnahme herauskam hätte ich rausbringen können aber dann mit der ton scheiße deswegen will ich euch mal zeigen was wir haben also ich habe drei öfen gebaut der ambos ist hier hinten dann habe ich hier eine reparatur dings wozu weiß ich noch nicht so richtig hier eine munitionswerkbank hier zum atemluftflasche auflegen das ist ganz lustig kannst du da rein machen hier dann kannst du hier so pumpen und pumpst ein paar mal dann ist wieder 100 prozent und hier die waffenfabrik und ich habe hier auch schon waffen ich habe mir waffen hergestellt hier einmal eine pistole da hatte ich eine kaputte und doppelläufige und damit kann man richtig den ball an ansonsten bin ich ziemlich leer gewirtschaftet wäre ich hatte ja eigentlich relativ viel jetzt ist ja hier jetzt nichts mehr so ein bisschen munition und alles so was dabei das ist nicht das problem also den kann man ja auch wieder reinpacken so habe mir drüben dann auch noch mal eine tonne gemacht damit ich hier eigentlich nur noch holz haben das werde ich so langsam abarbeiten hier habe ich dann ganz viel metall was ich auch abgebeitet habe abarbeitet habe so und ja so sieht das ganze aus ich weiß nicht ob ich jetzt hier nochmal ein kraftmal also ich habe gar kein kraftmal zu mir nehmen kann ich wollte eigentlich kraftmal richtig zu mir nehmen energie also klar hier der füllte ein bisschen wieder auf ist logisch sonst so hier kann ich auch mal ein bisschen trinken dann geht ja dann denke ich mal an vorne hatte ich eigentlich nichts mehr zu fräsen das habe ich rausgepackt um munition herzustellen brauchen wir die chemischen substanzen damit wir das hier herstellen können und stoffe wir haben gar keine stoffe mehr aber ja so ist das eben da und mutanten los ich glaube wir machen dahin oder gehen hier eins von beiden aber sollten auf jeden fall irgendwohin machen tür zu letztes mal kam welche wir haben mich ganz schön genervt hoffe jetzt kommen die nicht mehr und dann gucken wir uns das mal an nein aber keine rückwärts waren ich habe noch nie rückwärts gedrückt ja der mal das ist ja jetzt hier nicht so weit gucken wir die denn hier so schönes sagen eigentlich einmal sieben nehmen ich glaube da hinten waren wir ja schon für eine zuflucht mal drauf an wie viel die baller die jahren und was ich mir auch interessiert wir haben eine fraktion mutanten fünf insel 18 feinde wird jetzt mal ein bisschen runterheben ja die doppelläufige weg natürlich jetzt auch mal probieren geil naja die waren jetzt nicht allzu schwer ich denke mal ist hier noch einer stoffe 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 muss ja jetzt hier mal fertig sein weil viel gibt es hier nicht denke ich mal aber ein bisschen laut auf dem sound so und jetzt wie sieht es jetzt aus immer noch oder habe ich die aber zehn feinde ich glaube jetzt ist ja nicht die wichtigste hier aber aber wir nehmen natürlich trotzdem mit was neu hier ist ja mal hier ein bisschen mehr kann ich nicht hier schon mal zusammen oh ja doppelt besser das ist ja gar nichts ja aber viel kann ja auch nicht sein oder außer hier unter uns ist noch was aber davon geht nicht aus also da kann man nichts er ist echt nicht viel also ich dachte hier ist jetzt ein bisschen nicht mehr so das können wir auch nicht aber das ist rüstung 1 rüstung 1 rüstung 1 so und jetzt bin ich hier schon fertig 100 prozent so die talle wären natürlich immer so die schönste so erst mal das rein was war eh nicht mehr wo das fleisch irgendwie aufrüsten können na und hier können wir ja ein bisschen essen ne leider beiten wir erst mal so dahinter ist die insel ja dann gehen wir mal zur insel so dass das natürlich so schnell geht hätte geht es auch nicht gedacht ne hier hinten ist ein tauchgebiet ne gucken wir was er mir gleich anzeigt hier aber da passiert nichts ne aber ich würde sagen wo folgt mich da jetzt der anlege mit ich weiß nicht ob die freundlich sind ich glaube nicht dass noch mal hier freundlich ist und dann lieber die höhnen sie mal auseinander da hinten muss ich jetzt einfach mal so behaupten so eine Sklaveninsel na dann gucken wir mal moin 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 die sind aber besser die können schießen ok ist er denn da, wenn er? ist er denn da, wenn er? okay die mutanten sind da um ein bisschen oh man die kämpfen doch besser die 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 Ich habe ihn mit dir, dann. Ich brauche ein Scharfschützengewehr Ich brauche echt ein Scharfschützengewehr Wo ist denn der Typ? Was soll ich denn sagen? Die meisten lieben dabei, hätte er ja nicht haben Uh, was hat der denn? Ballistische Fasern? Und der hat mir eingeschossen? Da Oh ne, braucht er nur Stoffe hier Also nicht nur, aber... Oh ja Hier Energie, Energie, das ist schon mal gut Wir fressen uns wieder gesund Der hier ist auch ganz wichtig, ne? Ich brauche mich zu zerstören hier Alter, von da oben schießt er Ich kann nicht auch Nein, der ist mir zu weit Nein, der ist mir zu weit Alter Schwede, ey Nee, da hast du gar keine Chance, ne? Also wieder, ich kriege ja noch ein richtiges Maschinengewehr Heftig Heftig Okay Nee, bevor ich jetzt hier sterbe Aber helft ihr, ne? Ich hätte sie nicht so gedenkt, ey Die ist ja richtig krass, die Insel Die ist ja richtig krass, die Insel Ich kann nicht mehr Oh, guck mal hier Waffenteile und sowas Also denn esse ich auf jeden Fall was Hier essen Trinken Ich kann nicht, dass ich mich noch selber umbringen Ja, ne, ich darf mich noch selber umbringen hier Hier ist ein normales Auto Warte, jetzt ein Polizeiauto oder was? Warte Elektronische Teile, ne? Ja, die müssen wir auf jeden Fall haben Da muss ja Metallschrott ein bisschen Ein bisschen weichen, ja? Jetzt hier elektronische Teile schon kriegen Denn Das ist natürlich eine super Sache Aber kämpfen tue ich nie nochmal gegen die da Ja, also jetzt zumindest nicht So, was brauchen wir auch nicht? Sag mal, Aleth-Metall ist hier Der wird mir ja nicht täten, ne? Kohlsam Fast cool Ja, am besten ist natürlich der Stoff Ja, am besten ist natürlich der Stoff Also viele Teile, die wir gar nicht benutzen können Das sind auch noch elektronische Teile Ich muss zum Boot, ne? Dann mal diese metallischen Teile Das ist ja jetzt hier nicht so schlimm, ne? Die hier mal hinzulassen Aber hier die elektronischen Teile Mal gleich drei Stücke gefunden Einmal Friend, einmal Friend Believe me Believe me Believe me Believe me Na, wir sind aber auch nervös da oben, ne? Na, Jude, ich hätte ja jetzt auch keinen Bock Wenn da einer auf einmal auf der Insel kommt Und ich würde an mein An mein Leben Mit den Boys Er hätte es auch nicht so cool, ne? Und hier wüsste ich gar nicht, wo mein Zuhause ist Also wenn ich jetzt hier orientierungsmäßig Dann würde ich eher so sagen, da so, ne? Ich wüsste das ja nicht so bisschen Könnte doch schon meine Insel sein hier Ist aber auch schon spät Und auf natürlichen Base, also ich brauch dann ja irgendwas zum Kochen mal, ne? Mit cooler Ritz Ja, das ist hier Also was zum Kochen sollten wir Auf jeden Fall mal herstellen Wenn nur dieses hier jetzt, ähm Was gar kein Leben macht irgendwie Macht auch nicht so viel Sinn Ähm Ne, oh, wir machen Und das mal Dazufügen Schluck trinken brauchen wir ja eigentlich, ne? Eigentlich wollte ich ja hier nur, dass... Ja, er zeigt, der falsch gemacht Ist egal So, die elektronischen Teile Aber die können wir natürlich ja jetzt dafür hier nehmen, ne? Vor allem nur noch zwei Eisen, dann hätten wir das nämlich auch fertig Und dann ist das nämlich schon mal schön Sehr schön Weißgerät, ne? Um irgendwas zu reparieren So, Generator Blablabla 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 Also hier ist nichts zum Kochen Das siehst du nach Adam Brise Ja, müsst ihr hier mal gucken Ja, einfacher Grill Und dann haben wir Herd Verbesserter Grill Schnelleres Kochen Einsparung Leistungsstarker Wasserreiniger Aber der wird dann hier Der Herd dann erstmal der wichtigste sein Teil haben wir nicht so gefunden Oh, haben wir gar keine Teile mehr Und das ist aber mies, ne? Aber Jummi Ne, Jummi haben wir auch nicht Uh, das ist ja richtig mies Die haben wir ja auch nicht gefunden Das ist ja echt ne Coolsam Da könnte ich ja eigentlich fast mal Den kann ich fressen hier Ja klar, jetzt kommen die jetzt noch Aber wer? Weil ich die jetzt hier jagt habe Ich bin halb tot, Jungs Gar nicht cool Uncool Da hab ich zu viel Fressen dabei Wer hat man das hier, das hier? Noch sind sie ruhig, ne? Okay Okay Oh, ich bin umgekippt Ja, ich wollte nur wegrennen, aber War dabei zu gutig, ne? Hm Die haben mein Ding abgedeckt Ich hoffe Stoffe, Stoffe, Stoffe. Die haben gehört, die Stoffe. Boah, ich habe meine Wand hier zerstört. Aber ich glaube, ich sollte dann auch mal hier noch mehr. Die kosten aber richtig viel, ne? Die kosten richtig viel. Aber ich glaube, ich sollte das mal langsam machen. Also klar, die machen die ja jetzt nicht viel kaputt, ne? Ja, ich sage mal hier. Ja, das ist ja alles nichts, ne? Ich weiß nicht, was die am meisten kaputt gemacht haben. Oh, das haben sie ja schon hier. So, der Tag ist schon halb verklemmert. Also wir müssen auf jeden Fall bessere Fressen machen. Da werden wir uns nächstes Mal drum kümmern. Und sonst wünsche ich erst mal einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.